WTT Young Leader Award für Marktforschung und die Fotovoltaik-Hanlagen durchgeführt, das in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich. Frank Ulsamer von der Plaston AG. Die Plaston AG im St. Galler Rheintal produziert traditionellerweise Kunststoffkoffer, Luftbefeuchtungs- und Luftreinigungssysteme. Das Unternehmen hat Standorte in Tschechien, den USA und China und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende. Vor 20 Jahren entwickelte die Plaston in einem Forschungsprojekt den NewTec Solardachziegel, brach aber vor 10 Jahren die Markteinführung ab. Plaston will vom FAS Praxisprojekt-Team wissen, ob und in welchen Märkten mit diesem Solardachziegel heute erfolgreich Business gemacht werden kann. Projekt Key Performance Indicators for Security Departments of Global Major Banks A Network of Security Departments of Global Major Banks in London Unser Projekt hat das Ziel verfolgt, ein Management-Cockpit zu entwickeln für die Sicherheitschefe von den 26 grössten weltweit tätigen Banken. Wir haben das Management-Cockpit mit Schlüsselkennzahlen gefüllt, so dass sich die Sicherheitschefe gegenüber seinen eigenen Zielen messen können, sowohl wie auch gegenüber den Zahlen, die sie von ihren Partnern innerhalb des Netzwerks überkommen. Mit Daniel Ritter, Projektleiter John Chathier Jacqueline Grämiger James Hilton Dominik Löhligar Jana Macikova Coach Prof. Dr. Wilfried Lux Prof. Michael Mosel Kundschaft Rolf Blocher als Client Project Representative Hinter A Network of Security Departments of Global Major Banks steht die Vereinigung der Sicherheitschefs der weltweit 26 grössten Banken Bank of England Citigroup Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs JP Morgan Royal Bank of Scotland UBS und so weiter Die Sicherheitschefs wollen vom amerikanisch-schweizerischen Praxisprojektteam wissen, wie sich die Sicherheitsmaßnahmen ihrer Banken regelmäßig messen und gegenseitig vergleichen lassen. Mit einem Management-Cockpit möchten sie künftig Benchmarking betreiben. Projekt Förderung der psychiatrischen und sozialen Netzwerk und Koordinationsarbeit durch ein Psychiatriezentrum im Rheintal Formen, Voraussetzungen und Massnahmen St. Gallische Psychiatriedienste Süd, Psychiatriezentrum Rheintal, Herbruck Aus dem Projekt ist es darum gegangen, strategische Stossrichtungen für ein Psychiatriezentrum im Rheintal zu eruieren, gewisse Analysen zu machen betreffend Patienten und Bedürfnisse im Bereich der psychischen Gesundheit. Mit Manuela Zwicky, Projektleiterin Thomas Jäger Nathalie Schmid Daniela Fitsch Michael Wiesli Coach Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock Kundschaft Karl-Heinz Bracher vom Psychiatriezentrum Rheintal Das Psychiatriezentrum Rheintal PZR ist eine öffentliche Einrichtung mit dem Auftrag, die psychiatrische Versorgung in St. Galler Rheintal sicherzustellen. 2700 Stellenprozente betreuen jährlich rund 1200 Patientinnen und Patienten. Das Zentrum will sich künftig stark mit all seinen Bezugsgruppen vernetzen, damit es in der Region besser wahrgenommen wird. Doch wer sind die relevanten Bezugsgruppen? Was haben sie für Bedürfnisse und Erwartungen? Wie sehen Kooperationsmodelle aus? All dies will das PZR vom Praxisprojekt-Team wissen. Die Kameras sind gerichtet auf drei Teams. Mein Blick geht auf dieses Blatt. Und hier steht Hier steht Der Winner WTT Young Leader Awards 2011 In Marktforschung ist Team Blaston! Stefan Seendorf Gratulation! Fabian! Frank! Frank! Studer! Markus! Wittner! Frank! Ulsa! Nicht anwesend, wohl Lichtensteiger! Wittner! 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 Herr Zinder, herzliche Gratulation. Danke vielmals. Sie sind wieder die Young Leader Awards. Gewinner in Merkforschung. Wie fühlt man sich da? Es ist natürlich eine Riesenfreude. Wir haben es ja gesehen vor einem Video, was die Kriterien sind, für die Praxisprojekte ausgezeichnet worden sind. Das sind sehr hochstehende Kriterien. Und dann hat es hier eine Jury, die sehr fachkompetent ist und uns da gewählt hat. Es ist unglaublich. Also wir freuen uns riesig. Ja, Frank Kulsamer, Sie sind der Auftraggeber mit der Plaston AG. Was hat das Team für einen Auftrag bekommen? Und was ist auch die Ausgangslage gewesen? Also ich möchte zunächst mal an die Warten von Herrn Wörwak anknüpfen. Das waren Let's-Gos und keine Gangos. Kompliment für die Leistung. Und das, was ihr heute hier repräsentiert, das ist es wert. Unsere Aufgabe, Stellung, unser Auftrag an das Projektteam war, für uns die Marktstrukturen im Indach-Photovoltaik-Markt zu analysieren. Und konkret hat uns interessiert, welche Erfolgschancen das Produkt Solardachziegel beim Product Relaunch besitzt. Jetzig, Herr Zinder, erzählen Sie in diesem Publikum hier, 500 Leute in diesem Saal und mehr, was sind die drei wichtigsten Ergebnisse, die Sie haben für die Plaston AG abliefern können? Das erkläre ich Ihnen gerne. In unserem Projekt Solartechnologie, ein Zukunftsmarkt für die Plaston AG, ist es darum gegangen, dass wir... Ja, da kommt sicher gerade das Powerpoint auf der rechten Seite, so ist es. Genau, Sie sehen hier das Produkt noch einmal bildlich, den Indach-Solar-Ziegel. Und es ist darum gegangen, dass wir für dieses Produkt Marktchancen evaluiert haben. Das hat drei Hauptteile gehabt. Einerseits ist es darum gegangen, in der Sekundärforschung verschiedene europäische Märkte zu analysieren. Und schlussendlich haben wir mittels einer grossen Nutzwertanalyse zuhanden von der Kundschaft Deutschland, die Schweiz und Frankreich als die erfolgversprechendsten Märkte herausgefunden. In diesen drei Märkten haben wir schlussendlich in der Primärforschung eine Umfrage bei über 1200 Solarteur und Grosshändlern durchgeführt und haben so Markt- und Preisstrukturen ermittelt. Am Schluss haben wir aus diesen Daten Handlungsempfehlungen und auch Handlungsalternativen abgeleitet. Zu den Daten, die wir erhoben haben, möchte ich Ihnen hier als Auszug davon die drei Märkte ein bisschen aufzeigen. Sie sehen Deutschland, einen ganz grossen Markt, der grösste in Europa, mit wohl geringem Wachstum und auch einem kleinen Anteil an Indachlösungen, jedoch ein sehr wichtiger Markt in Europa, nur schon aufgrund der Grösse. Ganz klein darüber oben, die Schweiz, höheres Wachstum, auch eine höhere Bedeutung von Indachanlagen, aber wie man sieht, ein ganz, ganz kleiner Markt, da hätte Herr Beglinger vielleicht auch ein bisschen unsere Ergebnisse mitgetragen können. Vielleicht hätte man sie ein bisschen verschlafen, aber in der Schweiz ist es auch nicht nur eine Frage vom Willen, sondern viel auch vom Können im Bereich von Solaranlagen. Ganz oben in Mecken haben wir schlussendlich nach Frankreich, einen stark wachsenden Markt und Indachanlagen haben hier wegen der hohen Rentabilität eine grosse Bedeutung. So verwundert es auch KUM, dass wir Frankreich, die grüne Balken, relativ gross haben, die Nachfrage von Indachsolaranlagen gegen Auftrag, in den anderen Märkten natürlich weniger. Die Grafik haben Sie bereits im Video schon gesehen. Wir haben die kompletten Marktstrukturen und Preisstrukturen ermittelt. Als Auszug davon möchte ich Ihnen die Preisstrukturen ein bisschen genauer aufzeigen. Man sieht hier, dass das Preisniveau in der Schweiz erwartungsgemäss am höchsten ist. Folgen tut Frankreich. In beiden Märkten muss man um die 5000 Euro rechnen für eine Kilowattstunde Photovoltaikanlage fertig montiert. Deutschland ist wegen der geringeren Nachfrage und wegen dem sehr grossen Markt, der schlicht tiefe Preise ermöglichen tut, viel günstiger als in der Schweiz und Frankreich. Für die Kundschaft haben wir schlussendlich drei Handlungsempfehlungen und Handlungsalternativen ableiten können. Einerseits haben wir gesehen, wie die Preisstrukturen sind und haben der Kundschaft darum erklären können, dass sie ihre Preisstrukturen anpassen und überdenken müssen. Andererseits haben wir die Bedürfnisse vom Markt herausgefunden und mit dem Produkt der Plast und AG vergleichen können und so können sagen, in welchen Bereichen das gut ist und wo das Produkt noch weiterentwickelt oder verbessert werden kann. Und eine dritte Empfehlung ist generell zur Wiedereinführung. Wir haben gesehen, wie die Strukturen im Markt sind, betreffend Vertreibstrukturen zum Beispiel, auch betreffend Kapazitäten, die existieren und sagen so, wir müssen die Wiedereinführung ganz klar und aufgrund von guten Daten überprüfen können. Zentral aber unsere Handlungsempfehlung, die sagt, Plaston hat ein grosses Know-how im Bereich Kunststoffverarbeitung und das kann man im Photovoltaikmarkt nutzen. Beispielsweise in Form von einem Komplementärprodukt, wo wir auch eine kleine Empfehlung an die Kundschaft abgegeben haben. Das ist ganz kurz zusammengefasst der Inhalt von unserem Projekt. Noch einmal besten Dank für die Nomination, danke für die Zusammenarbeit mit dem Kunden und natürlich auch mit dem Coach von der WTT. Das war eine hervorragende Erfahrung für uns. Danke vielmals. Danke auch als Team. Der Rolf Lüchtensteiger ist heute nicht da, weil er im Sprach- Austaussemester ist. Auch er natürlich hat seinen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Merci. Dankeschön, Herr Zender. Applaus Markus Windner angesprochen, Projektcoach. Wir von der FH St. Gallen haben den Anspruch, dass die Arbeiten wissenschaftlich auch fundiert sind. Was ist jetzt da die wissenschaftliche Leistung und der Wert hinter dieser Arbeit? Also der Wert fing schon ganz zu Anfang an. Also das Team hat schon vorab quasi als Prolog zum eigenen Projekt in der Auswahl der Zielmärkte schon fast ein Praxisprojekt für sich abgewickelt, nur in der Definition dieser drei Zielmärkte. Im Hauptteil, wenn Sie so wollen, dann haben Sie geglänzt durch ein Höchstmaß an Eigeninitiative, Motivation und Engagement und aus diesem Strauß von Eigenschaften sind dann höchst fundierte Analyse entstanden, aus denen substanziell abgeleitet, ganz konkrete Empfehlungen für die Plastern entstanden sind und von hinten bis vorne hatten die Hand und Fuß, sie waren nachvollziehbar, sie waren realisierbar, sie waren realistisch und ich glaube nicht zuletzt auch dadurch, dass Sie dann zum Finale des Projektes auch den Mut hatten, diese speziellen Empfehlungen vor der gesamten Geschäftsleitung zu präsentieren und auch ihre Meinung zu vertreten, haben da durchaus einen Mehrwert geschaffen, auch für die Plastern. Dankeschön, da kommt natürlich jetzt gerade die Frage an Sie, Frank Kursamer, was möchtet ihr jetzt mit dieser Situation, steige ich dir als Cleantech-Unternehmen aus, was möchtet ihr aufgrund dieser Situation hier jetzt antroffen haben? Zunächst mal möchte ich noch sagen, also die Studenten haben uns innerhalb kürzester Zeit eine sehr umfassende Nutzwertanalyse von den zu untersuchenden Märkten uns geliefert und das hat bei uns dann auch sehr gute, sehr wertvolle Diskussionen ausgelöst im Unternehmen. Wir wissen jetzt auch um unsere Stärken und Erfolgschancen in diesen Märkten. Wir haben ein paar Fragezeichen an die Wand projiziert gesehen und wir arbeiten jetzt mit diesen Fragezeichen und wir werden die empfohlenen Massnahmen umsetzen. Ulrich Spottmann, Sie sind da als Abgeordneter der Jury da, Sie vertreten natürlich den Edgar Röhler. Wieso hat die Jury das Projekt Plaston AG als Team als Gewinner vom MetaT Young Leader Award in Merkforschung bestimmt? Also wir haben auch müssen gehen lesen, gehen anlesen, weil ich nicht selber dabei gewesen bin und beim Nachlesen habe ich zwei Kommentare oder sind mir zwei Kommentare aufgefallen. Das war einerseits die grosse Arbeit, das ist vorhin erwähnt worden, die haben fast zwei Arbeiten in einer gemacht, also ein riesen Aufwand und das zweite ist sicher das Ergebnis, das man auch in der Praxis umsetzen oder mindestens eine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, die klar und so weit auch anwendbar ist. Wenn man ins Einzelne geht und vom Ergebnis redet, dann nachher, wie ich schon vorhin gesagt habe, die haben, und das ist auch erwähnt worden vom Erzender, die haben die Schlussfolger akribisch zusammengedreht, jedes Einzelne praktisch gewürdigt und diskutiert und dann eine Empfehlung an die Plaston AG geben, die wiederum glaube ich, ich kann mit dem etwas anfangen, also es ist in der Praxis relevant, obwohl es vielleicht nicht so angenehm war, es wäre einfacher gewesen, man hat gesagt, man kann den Solar Dachziegel brauchen und ihn nur wieder vermarkten, das war nicht Schlussfolgerung, das dritte vom Vorgehen her ist es eben der riesige Aufwand mit den Sekundär Forschung, die sie betrieben haben, Sekundär Markt Forschung und schliesslich vom Schwierigkeitsgrad her sind es die drei Länder die man untersucht hat, Schweiz, Deutschland und Frankreich und wenn ich das so anschaue, dann müsste ich eigentlich mal sagen, wir sollten eigentlich von der AFG aus mal mit den Plastonen reden, gerade wenn ich so Deutschland sehe, wo der grösste Bolle ist, zwar preislich nicht der Beste, die Kunden haben wir ja, die und vielleicht könnten wir da noch etwas machen, wir kommen auf das Angebot gerne zu sehen, vielen Dank, und meine Damen und Herren, Sie sehen, herzlichen Dank, Preissponsor AFG, Arbonia Forster Holding AG, Felix Bodmer, herzlichen Dank für das Preissponsoring, ich gratuliere ganz herzlich dem Team, Plastone für den Gewinn des WTT Young Leader Awards in Marktforschung, das war das Team, Plastone. Applaus Sponsor dieser Ränge, er machte erst in Deutschland und später bei Leica Geosystems mächtige Karriere, seit bald zwei Jahren bringt er als CEO, der Bauwerkgroup, diese auf Hochglanz, zu neuem Glanz auch, die amerikanischen Heuschrecken, sind verjagt, Industrie wird plötzlich zu Design, Zweck wird plötzlich Freude, alles neu macht der Brammerz und bringt auch noch gleich hier, heute, 5000 Franken als Preisgeld für den zweiten und dritten Rang in WTT Young Leader Awards Marktforschung. Begrüssen Sie mit mir Klaus Brammerz. Hi Klaus. Klaus, Bauwerkgroup, die produziert, wie ich von dir schon immer wieder gehöre, jedes Jahr, Bargette im Umfang der Autobahn von St. Margarete, wo euer Werk zu Hause ist, bis auf Mailand und zurück. Ja, richtig. Und die Hälfte von diesen Bargettes, den verkauf ich doch im EU-Raum. Korrekt. Und jetzt, was möchtet ihr, wenn der Schweizer Franken so hart ist? Tja, fighten. Fighten. Was muss man sich da vorstellen? Was muss man sich da vorstellen? Zunächst einmal muss man sich darunter vorstellen, dass man in solchen Zeiten extrem gut gerüstet sein muss. In dieser Zeit ist es besonders wichtig und wertvoll, die Gesamtleistung zu leben, von A bis Z. Sie zu betonen und diese Mehrwerte letztendlich bei jeder Diskussion rüberzubringen. Ohne das geht es nicht. Auf der anderen Seite ist es aber relevant, natürlich in dieser Phase die Kosten unter Kontrolle zu haben und das Unternehmen sehr, sehr effizient zu steuern, damit man auch nachhaltig, erfolgreich sein kann. Wir wachsen im Moment in Deutschland 34% gegenüber Vorjahr, insofern machen wir nicht alles verkehrt. Das ist ja wahnsinnig, das ist ja wahnsinnig. Aber, Applaus. Es ist nämlich richtig, man muss auch über die guten Sachen reden, über das andere wird ja genug auch. Jetzt ist es so, dass wir ja vor einem Jahr da an gleicher Stelle ein Praxisprojektteam aus dem 2. Lang gezeichnet haben, wo die Bauwerkgruppe der Auftraggeber war. Wir wissen, die Bauwerkgruppe mit einer neuen Marketingstrategie am Werk, welchen Einfluss hat jetzt das Team da gehabt? Ein grosser. Ich habe es ja vor einem Jahr schon gesagt, wir werden das alles umsetzen. Genau, und jetzt, wie sieht es aus? Es ist umgesetzt. Es ist umgesetzt. Also wir können sagen, ich habe die große Freude gehabt, am letzten Freitag unser neues Parkettzentrum einzuweihen. Ein ganz großer Erfolg. In diesem Parkettzentrum kann man die neue Bauwerk erleben. Und alle Ergebnisse, die wir erarbeitet haben, die die Studenten vor mehr Jahren erarbeitet haben, sind in das neue Erscheinungsbild, in das neue Markebild, in unser Selbstverständnis eingeflossen. Insofern, tolle Sache, 100% verwertbar. Super. Ja. Okay, nun wollen wir miteinander kennenlernen, werden wir Zweiter am Wetter die Young Leader Awards in Marktforschung. Wetter die Young Leader Awards in Marktforschung Rang 2. Team Psychiatriezentrum Rheintal. Applaus Nathalie Schmid, Daniela Fetsch, Michael Wiesling, Professor Dr. Sibylle Olbott-Bock und Karl-Heinz Bracher. Und gleich geht es weiter mit Rang 3. Wetter die Young Leader Awards in Marktforschung 2011 Dritter Rang Team Global Major Banks. Applaus Daniel Ritter Jacqueline Kremiger Dominik Lölliger Dominik Lölliger Jana Matschikova Prof. Dr. Wilfried Lux Prof. Michael Mosil Rolf Blocher Nichtanwesend John Chartier und James Hilton Applaus 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 Klaus Klamertz ganz herzlichen Dank der Bauwerk Group für das Sponsoring Zeit der Dritte Rang Wetter die Young Leader Award Marktforschung Applaus Lざ יפ Aus 球 ation Vielen Dank.